So, seid ihr bereit für die Party, Blatt? Ja. Was machst du hier, Blatt? Weil ich Moriden behandle. Na, ach. Wann warst du letztes Mal im Club? Wir fahren heute nach Bruchsal, da ist Club Unity. UNITY! Wo ist Bruchsal, Kosta? Weiß ich doch nicht. Sagt, wir sind im kompletten Arsch der Welt. Oh, nächste Scheibe. Neue Rollator-Tanz. Nun, in welcher Richtung? Äh, Karlsruhe. So, Richtung Karlsruhe ist es so. Wenn ihr mich in Baden gebetetet habt, würde ich auch gehen. Was war deine verrückte Party? Weißt du, in diesem riesigen Club, wo wir diesen ganz großen Wechsel in Spanaich haben? Erinnerst du dich noch? Die war krass, Mann. Da war... Aber dann haben wir uns schon die Hörerinnen nicht gepistet. Aber du kommst ja in Sprava-Baschirn. Da, ***. Zum Beispiel, wenn ein Mann mir schreibt, jetzt kommt ein ***. Ich sage, no way, bleib. Einfach, der hat schon meine Brille, bleib, so, so, weggenommen. Und er wollte mich schlagen und... Jo! Sieht man was? Ich stehe da so, mit dieser Bütze, bleib. Die haben dann uns in so einen Raum reingebracht. Und haben dann abgesperrt. Und dann ist der eine gekommen und mündlich so die Hörer. B****. Steh ***. Tag, wir sind jetzt Mixmarkt. Wir holen jetzt für unsere Backstage Flasche Beluga. Was hast du denn da mitgenommen? Was habe ich da mitgenommen, mein Freund? Ach du. Wie können wir unseren Abend schöner und entspannter machen? Hm. Vielleicht mit entspannter Musik und einer Aromatherapie? Ja, oder Vodka-Therapie. Ah, ja. Ja. Super. Stimmt. Was ist denn jetzt? Wie ist denn da? Ja. Was ist denn da? Warte, p**** Das war's, das war's. V такая, die Chigureki. Alle Leute schmeckt mir direkt drauf. Okay Mann, aber da gibt es noch Quass. Das letzte Mal habe ich da Quass geholt. Ja. Ich dachte weißer Quass. Ja, ja. Dann habe ich es ausgepackt, ich habe Essen gehabt, ich hol den raus, mach auf und das ist Bier. Ich denke, wir haben lange den Markt nicht gesehen. Er kommt heute vorbei. Wir waren sehr glücklich. Ich denke, ich soll ihm etwas kaufen als Geschenk. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Du glaubst irgendwas, was gut aussieht. Das ist die Hauptsache. Ja, weil der Mara ist ja... Verstehst du? 16 Euro. Was ist hier mit dieser riesen Patrone? Die Chor, hat er noch ein paar Sachen, oder? Zum Auspacken sogar. 100 Euro, Valera. Habt ihr das nicht damals Sido geschenkt? Ich glaube nicht. Aber das für 16 Euro war besser. Ich liebe der Mara, aber nicht so. Aber guck mal, die für 16 Euro, das sah auch prachtvoll aus. Istanbul-Effekt. E 16 Euro. Das Ding ist, dass der Mara uns schon so erfahren hat. Er weiß genau das. Er wird direkt sehen, was es kostet. Er wird denken, die man für 16 Euro hat. Aber guck mal, hier geht es doch darum, da macht man ein Video und sowas sieht doch viel krasser aus. Das ist Oskar, ja? Ja. Okay. Pass auf. Nun muss ich eine gute Geschichte überlegen. Gute Geschichte? Gute Geschichte. Okay. Und das Geschenk mit einer Geschichte verkaufen. Eine Geschichte ist viel mehr wert. Also, ich war klettern auf Hararat in Armenien. Ein Adler hat mich angegriffen. Kliwal ist in Barossa. Und dann hat er mir das so rausgespuckt auf seinem Arsch. Ja. Ja, perfekt. Ich schenke ihm schon armenisches Brandy. So ein bisschen teurer. So 50 Euro. Weißt du so? Schade, dass es keine Insta-Story ist. Aber es ist schon ein Dilemma. Was haben wir hier? 16 Euro? Ich will nicht, dass er einfach so denkt. So, kakoy di ma jadne. Weißt du? So, kakoy di ma. So, wie zu Hochzeiten mit leerem Briefumschlag kommen. Weißt du? Ja, ja, ja. Wenn Hochzeit ist, alle kommen mit Briefumschlag, mit Geld. Weißt du? Manche machen einfach leeren Briefumschlag. Aber die, die Hochzeit machen, die denken, das ist wie Investitionen. Und die holen das selten. Die wollen auf Null kommen am Ende. Sogar auf Plus. Die wollen dasselbe Geld reinholen. Und dann noch so viele Küchengeräte, Thermomix und so einen Scheiß bekommen. Weißt du? Meine Ehre wird verletzt, wenn er denkt, ich bin Dings. Ich bin Schaden. Weißt du was? Man holt das für 100 Euro wahrscheinlich dann am besten. Nein, das nicht. Das nicht. 50 Euro ist gut. Wir holen zwei Flaschen. Genau. Das ist genau das gleiche wie der teure dann. Einfach 100 Euro für Alkohol ausgegeben, ja? So wie Geschenke. Das ist Donut mit Kartoschka, bläht. Besonders diese alle Fancy Donuts. Кстати, wir müssen diese Idee verkaufen. Und wo ist Donuts? Ja. Wadig Donuts, bläht. Mit Kartoffeln. Und das ist mit Ebsenpüren. 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 Wenigstens wenn Teig scheiße ist. Dann ist die Füllung so wie, bläht. Wie, kack. Na gerade, kack. Na gerade so, kack. Na gerade so, kack. Ist das Errungenschaft oder sowas? Ach, bläht. So, kack. So. So. Auszeichnung. Nur Auszeichnung für dich. Ja. Du leidest während du Teig isst. Und dann kommst du auf die Füllung. Und dann kriegst du so, was kriegst du? Auszeichnung. Da. Aber wenn du so. Aber da isst du diesen eckigen Teig. Und dann kommt Erbsenpüren. Weißt du? Ich glaube, wenn man Quass so ein Ding direkt trinkt, wird es ein krasser Rülpser. No, bleib. Ja. Was soll das für ein Thema wechseln? Ein Chiburek und ein Belasch. Ein Chiburek. Es gab noch was, oder? Nein. Das, was du gerade isst. Ja, du willst ja schon politisch. Du kannst meine haben, wenn du willst. Chiburek? Ja. Bleib. Nein. Ich hatte einen Kumpel, Jura. Und er hat immer so gesagt, wir teilen Brüderlich Kaugum. Und dann hat er so geteilt. Aber ein Stück war sehr viel kleiner. Und er hat so geguckt. Abgemessen. Und mir ein kleines Stück gegeben. Kann Therman mich das Chibureki machen? Oh. Machst du Chibureki auch immer mit? Was ist da drin? Ukraub oder was? Mhm. Das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut. Ukraub. Das ist für mich was Neues. Das ist ein Instagramfilter für das Essen. Weißt du? Du machst so Sachen drauf. Indirekt schmeckt alles. Halt's Maul, ey. Ich bin schon besoffen vielleicht. Ich weiß nicht, wie sollen wir da hinkommen? Das Lied beschreibt perfekt, wie es ist, wenn du um 4 Uhr morgens auf der 1,50 Euro Wodka-Party warst, dich komplett besoffen hast und dann wirklich nichts mehr machen kannst, außer auf der Mitte von der Tanzfläche stehen und sonst nichts auf die Reihe kriegst, außer dir das Lied zu fühlen. Da. Kannst du das nochmal soufflieren? Sofflieren? Wie du es am Anfang gemacht hast. Das beschrieben hast. Weißt du? Du hast es so beschrieben. Mit Atmosphäre und so. Poetisch. Poetisch, genau. Wir sind hier jetzt in Bruchsal. Hier DJ Press Place am Start. So, jetzt Seiten müssen fresh gemacht werden. Und dann geht's los. Du hast gesagt, hier zuerst Friseur und dann... Ich hab nichts gesagt. Warte, wir müssen dich anschauen. Deine Seite auf plus 200.000 bleibt. Ja, das... Ja, ja. Kannst du. Was hast du für uns vorbereitet heute? Äh... Das ist einiges, wa? Einiges? Ja, heute wird... Massagiert, ja? Heute wird... Haha, nie. Genau. Ich telefoniere mit Demar. Demar, ich sehe dich. Mit dem Kahn. Demar. Demar, wo ist das? Komm, das ist schön. Der Kahn. Der Kahn. Wie geht's? Ja, wir sind ja. Wir sind ja schon. Wir sind ja schon. Ich arbeite, Freunde. Ich habe eine Piense hier. Ich habe eine Songs, ich habe einen Projekten. Ich nehme dich über. Ich werde dich unter Kürbisch. Ja, ich bin ja. Ich bin ja, natürlich. Ja, sicher. Dimus. Ja, ich bin ja. Dimus. Ja, komm. Ja, er kommt. Und die Leute auch... Ja, muss. Ich habe doch gesagt, ich trinke nicht. Wie betrunken bist du von eins bis zehn? Sechs. Sechs? Ja. Was? Von eins bis zehn, wie betrunken? Ein stabile Achter. Wenn ich sage, springt von der Brücke. Machst du es dann? Ah, aber, no! Hier. Hier sobe, ne? Nein, 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 nein. Wir kommen jetzt ins Klub rein, auch so, ob wir so nüchtern sind, bla bla bla, sagen hallo, wie ist das? Dann Backstage, dann direkt Rümmen schicken, also dann geht's los. Wir rennen alle, jetzt. Wenn du mir meinen Ding kaputt machst. Warum lernst du den Text eigentlich nicht? Hat dir jemand geschrieben? Tag. Tag, wir sind im kompletten Arsch der Welt. Tag, wir sind im kompletten Arsch der Welt. Tag, wir haben es gleich geschafft. Wo sind wir dann? Ich weiß nicht. Junete! Wir haben es heute geschafft, uns zweimal zu besaufen und wieder nüchtern zu werden. Aber wenn wir eine halbe Stunde laufen bleiben, dann kein Wunder. Wir laufen einfach halbe Stunde durch Bruchsaal irgendwie und versuchen Junete zu finden. Jahrelang zum Erfolg gegangen. Ja, bl***. Das ist okay? Klar. Ja. 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 League师ber, ich gehe mal damit fressiver. Ich bin traurig. So viel Faxen gemacht für... Ja, du! Du bist ein Schwächsling, Alter! Hey, bin ich jetzt der Stärkopf! Das war geil! Es war schön! So! Jetzt bin ich! Jetzt bin ich in der Bett. Ich bin der Stärkopf! Ich bin der Stärkopf! Das ist doch heiß! Das macht es warm! Das ist doch heiß! Ich bin der Stärkopf! In sein Zimmer wahrscheinlich! Es wird langsam hell! Wir haben nur noch ein bisschen Zeit zum Schlaf! Was denkst du? Wer macht Meckes wieder auf? Googles! Dann zeig mal deinen Rückruf! Man sieht dann den Muster von dem Gürtel an! Was muss denn das sein? Das hat so wehgetan! Ich habe eine gute Idee! Dankeschön! Für die schöne Zusammenarbeit! Du hast ja gefeuert! Ich denke! Ich denke! Diese Flasche Kognak für 50 Euro wurde umsonst gekauft! Weil der Mann hat nicht aufgetaucht! Der König war nicht da! Aber ich verliere nicht die Hoffnung, der Mann! Ich verliere nicht die Hoffnung! Deine Flasche findet dich!